Manche Shops haben ja wirklich extrem viele Produkte und da macht es natürlich Sinn, diese Produkte in Kategorien zu organisieren, damit die Nutzerinnen und Nutzer den Überblick behalten. Aber manchmal führt das nur dazu, dass man dann extrem viele Kategorien anlegt, in denen genau das Gleiche passiert. In so einer Situation macht es natürlich Sinn, den Nutzerinnen und Nutzern nochmal eine kontextbezogene Navigation zu bieten, die dann beispielsweise nur nebenliegende Kategorien und Unterkategorien anzeigt, von der Kategorie, in der sie sich gerade befinden. Genau das haben wir mit unseren Plugin Advanced Navigation Elements für Shopware 6 umgesetzt und jetzt schauen wir uns mal den Funktionsumfang und die Bedienung von dem Plugin an. Das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist das Plugin installieren und aktivieren. Und dann habe ich hier mal beispielhaft einen Kategoriebaum angelegt, der ist jetzt natürlich relativ klein, aber er ist ja nur dafür da, um die Funktionsweise des Plugins mal zu erklären. Hier haben wir eine Überkategorie Hosen und darin gibt es dann die Unterkategorien Leggings, Joggers, Jeans, Shorts und Kleider. Und Jeans hat nochmal die drei Unterkategorien Slim Fit, Regular Fit und Baggy Fit. Und so sieht es dann standardmäßig in der Storefront aus. Wir haben jetzt natürlich nur ein einziges Produkt und dieses Produkt ist allen Kategorien zugewiesen, aber es geht jetzt auch um die Kategorien und nicht unbedingt um die Produkte. Die Standardtextnavigation zeigt die verschiedenen Hierarchien dann eben auch entsprechend an. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf eine Unterkategorie Jeans gehe, sehe ich eben das Bild und den Beschreibungstext, wenn einer existieren würde, da ist jetzt gerade keine gepflegt, und die Produkte, die dieser Kategorie zugewiesen sind. Außerdem bringt Shopware standardmäßig natürlich die sogenannte Breadcrumb Navigation hier oben mit. Und die kann ich zum Teil natürlich auch dafür verwenden, um zu sehen, wo ich mich befinde und damit ich einfach wieder zurück auf Elternkategorien springen kann. Aber seien wir mal ehrlich, das ist schon ein bisschen klein und kann natürlich auch schnell untergehen. Was wir jetzt machen müssen, um ein Advanced Navigation Element hinzuzufügen, ist, wir brauchen erstmal eine neue Erlebniswelt bzw. ein neues Erlebniswelt-Layout. Dazu gehen wir auf Erlebniswelten, legen ein neues Layout an. Hier müssen wir eine Kategorie-Seite wählen. Ich nehme jetzt mal die volle Breite und nenne das Ganze Navigation Elements. Und dann bekommen wir ein neues Layout mit dem Listing-Element. Das ist immer verpflichtend für eine Kategorie-Seite. Dann können wir hier rechts unsere Blockbibliothek öffnen. Und hier gibt es jetzt eine neue Kategorie Advanced Navigation Elements. Und hier haben wir aktuell drei verschiedene Navigationstypen zur Auswahl. Wir beginnen jetzt einfach mal mit der Bild- und Textnavigation und ziehen die uns hier über unser Listing. Das speichern wir jetzt mal einfach direkt so ab. Und jetzt müssen wir dieses Layout natürlich noch allen Kategorien zuordnen. Und damit wir uns hier extrem viel manuellen Aufwand sparen, gehen wir einfach zurück in unsere Layout-Übersicht und klicken bei unserem neuen Layout hier oben auf die drei Punkte und sagen als Standard für Kategorie-Seiten festlegen. Was jetzt passiert ist, dass wir dieses Layout standardmäßig für alle Kategorien auswählen, die nicht explizit schon ein anderes vom Standard abweichendes Layout zugewiesen bekommen haben. Und wenn wir jetzt unsere Storefront neu laden, dann sehen wir schon eine einfache Bild- und Textnavigation, die alle kontextbezogenen Kategorien anzeigt. In dem Fall also die Kategorie Hosen, in der ich mich gerade befinde und alle Unterkategorien von der Kategorie Hosen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Leggings wechsle, dann passiert folgendes. Das Highlight wird auf Leggings geändert und alle anderen Kategorien werden weiterhin genauso dargestellt. Wären hier jetzt natürlich mehr Produkte gepflegt und auch manche Produkte nur bestimmten Kategorien zugewiesen, dann würde man hier unten jetzt eben auch nur die entsprechenden Produkte sehen. Das ist jetzt für die Demo aber einfach nicht nötig. Was jetzt aber interessant ist, wenn ich auf Jeans gehe, wir erinnern uns, Jeans hat eigene Unterkategorien, dann passiert folgendes. Jetzt wird mir die Elternkategorie von Jeans angezeigt, zu der ich zurückkehren kann, nämlich Hosen, und aber auch die Unterkategorien von Jeans, Slim Fit, Regular Fit und Baggy Fit in dem Fall. Das heißt, jetzt werden mir in der Navigation wirklich nur die Kategorien angezeigt, die mich in dem Moment auch interessieren. Ich bin im Bereich Jeans und dort möchte ich mir die verschiedenen Typen von Jeans genauer anziehen können und meine Produkte eventuell bis zu einem gewissen Grad filtern können. Ich will aber auch die Möglichkeit haben, wieder zurück zur Übersicht aller Hosen zu kommen. Die Elemente kommen natürlich mit ein paar Einstellungsmöglichkeiten, also schauen wir uns die jetzt einfach mal an. Wir haben die Möglichkeit, eine Variante auszuwählen. Wir können jetzt das mal wechseln, zum Beispiel auf Button unten auf Bild. Wir können die Ausrichtung ändern des ganzen Elements, dass es zum Beispiel zentriert ist. Wir können die Bildgröße ändern, das geht allerdings aktuell nur mit der oberen Variante. Wir können das Bildseitenverhältnis ändern. In dem Fall würde Hochformat sicherlich Sinn machen. Wir haben ja gesehen, dass unsere Bilder aktuell ein bisschen abgeschnitten werden. Wir können einen Bild-Eckenradius definieren. Den können wir jetzt einfach mal auf Benutzer definiert setzen. Standard bedeutet, es wird der Standard-Eckenradius, der von Bootstrap und vom Theme definiert ist, verwendet. Das sind aber normalerweise nur um die vier Pixel. Damit wir hier jetzt mal im Video auch entsprechend einen Effekt sehen, gebe ich hier mal acht Pixel ein. Die Textausrichtung setzen wir mal auf zentriert. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das Zurück-zu-Element und alle Elemente entsprechend ein- oder auszuschalten. Also damit ich zurück auf die Elternkategorie komme und damit ich alle Produkte in einer Kategorie, die auch Unterkategorien selbst besitzt, anzeigen kann. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, die Link-Farbe zu ändern. Hier gibt es auch die vom Theme von Bootstrap vordefinierten Farben primär und sekundär. Oder ich kann eine benutzerdefinierte Farbe wählen. In dem Fall lassen wir es mal sekundär. Das macht durchaus Sinn. Es ist eine sekundäre Aktion, die die Nutzerinnen und Nutzer klicken sollen und mit der sie interagieren sollen. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Dann klicken wir auf Speichern und wechseln zurück zur Storefront. Und jetzt sieht die Navigation beispielsweise so aus. Wir haben jetzt unseren Text auf dem Bild stehen in Form eines Buttons, damit der Text auch, egal welches Bild verwendet wird, immer lesbar bleibt. Wir haben ein Hochformat gewählt. Das macht bei diesen Bildern natürlich absolut Sinn, weil das Porträtaufnahmen sind, hochformatige Bilder. Außerdem wäre an der Stelle noch interessant zu erwähnen, dass die Bilder automatisch auf das eingestellte Format zugeschnitten werden. Das heißt, ihr müsst euch nicht darum kümmern, dass ihr die Bilder schon im perfekten Format hochladet. Wenn ihr für eure Kategorien beispielsweise nur Mood-Bilder verwenden wollt, bei denen es auch nicht so schlimm ist, wenn da mal ein bisschen was abgeschnitten ist, oben oder unten, dann könnt ihr relativ frei hier mit den Seitenverhältnissen arbeiten, weil die Bilder, wie gesagt, einfach zugeschnitten werden. Damit wir das auch nochmal gesehen haben, wenn ich jetzt beispielsweise zu Slimfit wechsle, dann wird Slimfit mit dem Rahmen versehen und der Rahmen bei aller Jeans geht weg, damit man eben auch sieht, dass man sich gerade in der Kategorie Slimfit befindet. Jetzt schauen wir uns nochmal die anderen Elemente an, die das Plugin mit sich bringt. Dafür gehen wir hier wieder auf unsere Blog-Kategorie und ziehen einmal die Bild- und Text-Card-Navigation hier rein und speichern die erstmal einfach so ab. Und wenn wir jetzt die Storefront neu laden, dann haben wir eben jetzt eine andere Variante der kontextbezogenen Navigation, die sieht dann so aus. Das sind quasi so eine Art größere Buttons mit Bild oder kleine Cards eben. Die machen vor allem Sinn, wenn man jetzt Bilder verwendet, die keinen Hintergrund haben, sogenannte PNGs mit transparentem Hintergrund oder in dem Fall könnte es auch einfach weißer Hintergrund sein, dann würde man in der Situation nichts sehen und hat man vielleicht auch schon öfter gesehen auf Websites, die beispielsweise Werkzeug anbieten oder Elektronikartikel. Dort sind dann einfach kleine Abbildungen von der entsprechenden Kategorie mit beigefügten Text und somit hat man dann die Möglichkeit, auch wieder kontextbezogen in den Unterkategorien und benachbarten Kategorien zu navigieren. Dann schauen wir uns noch das letzte Element an, was aktuell im Plugin integriert ist. Dazu muss man sagen, aktuell hat das Plugin jetzt diese drei Navigationsvarianten. Wenn ihr eine bestimmte Variante oder ein bestimmtes Design für eure Kontextbezogenen Navigation benötigt, schreibt uns gerne an. Vielleicht können wir diese Variante kostenlos ins Plugin integrieren und für euch bereitstellen. Das ist jetzt in dem Fall die Textnavigation, die wir uns zuletzt noch ansehen. Es ist eine ganz einfache Textnavigation. In dem Fall wird der Text jetzt als Buttons dargestellt. Wir haben auch bei diesem Element ein paar Einstellungsmöglichkeiten und können beispielsweise die Variante auf Tabs wechseln und die Ausrichtung mal auf zentriert. In dem Fall haben wir jetzt eben einen Look, der aussieht wie Tabs und die aktive Kategorie wird immer unterstrichen, genauso wie man das von anderen Tab-Komponenten aus anderen User-Interfaces vielleicht kennt. Jetzt stellt euch vielleicht noch die Frage, alles schön und gut, aber wie sieht das Ganze dann auf kleinen Geräten aus, auf Mobilgeräten, in denen nicht so viel Platz in der Horizontale zur Verfügung steht? Da haben wir natürlich daran gedacht, weil wir versuchen, unsere Plugins immer mit dem Mobile-First-Ansatz zu entwickeln. Also wir denken von vornheran quasi an Mobilgeräte. Und hier ist es natürlich so, dass es keinen Sinn machen würde, die Bilder und Texte einfach untereinander umzubrechen, weil dann extrem viel Platz in der Vertikale verloren geht, um die Produkte anzuzeigen, die die Nutzerinnen und Nutzer an der Stelle ja eigentlich sehen wollen. Deshalb macht es Sinn, dass man die Kategorie-Navigation an der Stelle horizontal scrollbar macht. Das heißt, wenn man sich jetzt auf einem Mobilgerät befindet, kann man diese Navigation hier in der Horizontale scrollen und kann trotzdem noch navigieren. Ich habe jetzt mal beispielsweise alle drei Elemente eingebunden, dass man das hier mal am Beispiel von allen dreien sieht. Und trotzdem ist unten noch genug Platz, um die Produkte im Listing anzuzeigen. Und als kleinen Social Proof jetzt nochmal drei Shops, die genau so eine Art der Navigation nutzen. Mammut beispielsweise bietet eben so eine kleine Card oder größere Button mit Bild-Navigation an, um in der Kategorie Bekleidung die verschiedenen Unterkategorien auch erreichbar zu machen. Chimshark bietet wiederum eine Navigation an, die als Tabs dargestellt wird. Und Monkey bietet eine Navigation für genau den Anwendungsfall, den wir jetzt auch nachgebaut haben, nämlich um zwischen den verschiedenen Jeans-Modellen, die sie anbieten, mit einfachen Bildern zu navigieren, damit die Nutzerinnen und Nutzer eben sofort sehen, was sie in der Kategorie erwarten können. Und das war's schon mit unserem Plugin. Über Feedback würden wir uns freuen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren oder schreibt die Frage einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.